You, you play, baby Vor gut zwei Wochen hatte amerikanische YouTuber MrBeast ein Video hochgeladen mit dem Titel Planting 20 million trees, my biggest project ever Was auch 20 million Bäume pflanzen, mein größtes Projekt aller Zeiten heißt MrBeast wurde in einem Kommentar aufgefordert 20 million Bäume zu pflanzen MrBeast hat sich mit vielen anderen großen YouTuber zusammengeschlossen Um mit einer Spendenaktion gegen den Klimawandel anzugehen Die Spendenaktion geht bis zum 1. Januar 2020 Übrigens den Link zu der Spendenaktion findet ihr in der Beschreibung Ebenso wie den Link zu meiner Webseite, die wir vor kurzem neu gemacht haben Die Spendenaktion wird mit der Arbor Day Foundation zusammen gemacht Bei der Spendenaktion kann man sich aufsuchen, was man spenden möchte Dabei ist aber 1 Dollar ein Baum 1 Dollar sind übrigens zur Zeit ungefähr 90 Cent Und sind wir mal ehrlich, 90 Cent ist echt ein guter Preis für einen Baum Gehen wir mal davon aus, dass ein Schokoriegel 90 Cent kostet Könnte man lieber das Geld für einen Baum ausgeben Man kann auch mal auf einen Schokoriegel verzichten Vor allem wenn er in Plastik eingepackt ist Zum Thema Plastik haben wir übrigens auch schon mal ein Video gemacht Was oben in der Infokarte verlinkt ist Zu dem Zeitpunkt, wo ich den Skript hier schrieb Wurden schon 12.402.000 Bäume gepflanzt Dies ist echt gut Und wir sind zuversichtlich, dass wir es schaffen Bis 2020 20 Millionen Bäume zu pflanzen Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare Aber bitte bleibt sachlich Wir finden, dass das eine sehr tolle Organisation ist Und wir hoffen, dass es von diesen Organisationen in Zukunft noch mehr gibt Das war ein Video, ich hoffe es hat euch gefallen Lasst doch mal kostenlos ein Abo da und gebt dem Video ein Like Bis zum nächsten Mal, bis dann und tata Bis zum nächsten Mal, bis jetzt Bis dann